Mitten auf dem Rasen steht das kleine Karussellpony. Ronja erkennt es kaum wieder, so hat es sich verändert. Sein Fell ist glänzend weiß, sein Sattel wie neu und seine Augen leuchten. Die Geburtstagsüberraschung ist gelungen. Ein Moment später sitzt Ronja schon oben im Sattel. Höher, höher Pferdchen, lauf, ruft Ronja ausgelassen. Wir reiten jetzt ins Zauberland. Da klimpert wie aus weiter Ferne Karussellmusik herbei. Ronja schließt verträumt die Augen, die Musik wird lauter und lauter und sie reiten geradewegs auf einen bunten Jahrmarkt zu. Ein Feuerschlucker empfängt Ronja mit meterhohen Flammen und ein Indianer schießt Pfeile auf eine Bretterwand, vor der ein mutiger Mann steht. Aber dem Mann passiert nichts, denn die Pfeile landen alle im Holz. Dann reiten sie an einer raunenden Menschenmenge vorbei, in deren Mitte ein riesiger Bär auf zwei Tatzen tanzt. So einen Jahrmarkt hat Ronja noch nie gesehen. Alles scheint irgendwie anders zu sein, wie aus einer weit entfernten Zeit. Aber das Beste kommt noch. Ein wunderschönes Karussell mit einem farbenfrohen Baldachin und zwölf kleinen Holzponys, die sich endlos im Kreis drehen. Auf ihren Rücken johlen und lachen Kinder. Als Ronja genauer hinsieht, erkennt sie das Karussell vom Schrottplatz. Ihr kleines Pony ist auch dabei. Es ist das Hübscheste von allen. Können wir jetzt wieder nach Hause reiten? fragt Ronja ihren kleinen Freund, als sie dem Karussell ein ganzes Weilchen zugeschaut hat. Schließlich wartet ja ihr Geburtstagsfrühstück auf sie. Da findet sie sich auch schon mit ihren Eltern und Clemens zu Hause im Garten wieder. Danke für das Zauberpony, ruft Ronja ihren Eltern zu. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen habe. Geil, das je nach Hause drauf glaube ich. Vielen Dank.